Jo Leute, willkommen beim EvoCast. Ich komme relativ spät, erst zum Aufnehmen kann sein, dass er ein bisschen kürzer wird, deswegen hoffe es stört nicht, wir werden es sehen. So, jetzt starten wir doch mal rein in diese Woche mal gucken, was die Woche über passiert ist. Und diese Woche eigentlich wenig zu sagen, deswegen passt es mir ganz gut, dass es schneller gehen kann, äh, oder kürzer werden kann. So, das Wichtigste, letzte Woche live gestreamt. Ja, es hat irgendwie nicht jeder mitbekommen, ich weiß nicht, wieso. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt anders wird. Ähm, ich hab von jemandem gesagt bekommen, ob ich es vielleicht auf Privat stehen habe. Nein, das hab ich definitiv nicht, weil, ähm, es haben ja Leute gucken können und, also, Datenschutz ist bei mir immer auf öffentlich gestellt. Das hab ich jetzt auch gerade offen, das Fenster. Also, mein Stream ist öffentlich. Das heißt, es kann jeder gucken, es müsste auch jeder sehen, wenn ihr, ähm, mich abonniert habt und diese komische Glocke aktiviert habt. Dann müsstet ihr eigentlich direkt eine Nachricht bekommen, wenn ich online gehe, beziehungsweise live gehe. Okay, wird auch wieder diese Woche sein, äh, und zwar um genau zu sein, morgen, äh, circa 9 oder 10, kommt drauf an, wann ich aufstehe. Ich vermute eher, es wird 10, weil ich hab Nachtschicht jetzt gleich, ähm, sprich für euch. Ich bin wahrscheinlich schon auf der Nachtschicht und, ähm, ja, deswegen, morgen ungefähr um 10 werde ich, äh, den Stream starten. Ich habe keine Wünsche bekommen, was mich irgendwie überrascht. Deswegen werden wir etwas streamen, worauf ich im Moment richtig Bock habe. Und, ähm, ja, lasst euch mal überraschen, das Spiel ist kostenlos, das kann ich jetzt schon mal sagen, also wer, äh, und es ist ein Multiplayer, also wer da drauf Bock hat, kann das auf jeden Fall mitzocken. Ähm, gut. Wie gesagt, äh, immer bitte unter die Streams dann schreiben oder, keine Ahnung, irgendwo hinschreiben, was ihr gerne sehen wollt im Stream. Wenn nicht, dann suche ich mir selber was aus. Ähm, ja, ich hab jetzt diese Woche Terraria, die erste Folge hochgeladen. Das wird allerdings ein Wochenendsprojekt bleiben. Das wird weniger in der Woche laufen, also ganz, ganz selten. Das wird dann so ein Lückenfüller sein für mich. Ähm, schauen wir mal. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da einiges an Zeit reinstecken werde, bis das dann irgendwann fertig ist. Also die Season 3 wird definitiv sehr, sehr lange laufen. Kann auch sein, dass sie bis Ende des Jahres jetzt durchläuft. So, Ende des Jahres wäre ich aber gerne fertig damit. Ähm, zusätzlich hab ich jetzt auch Minecraft Season 2. Da ist mein Fenster, wie die meisten wissen. Äh, Moment, da. Da ist so mein Fenster. Ähm. Und irgendwer macht gerade irgendwas vor unserem Fenster. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm. Wo war ich? Scheiße, egal. Äh, äh, ach ja, Minecraft Season 2, äh, die wird aber erst, ich sag mal, das wird diesen Monat nichts mehr kommen. Vielleicht Mitte August, vielleicht auch erst im September. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte gerne ein bisschen was vorher aufnehmen. Es wird auch dann reines Wochenendsprojekt sein. Äh. Äh, schauen wir. Kriegen wir auch hin. So. Ähm. Mit Hashtag Frag läuft's ganz gut. Ähm. Ich muss sagen, ein bisschen wenig Fragen sind es leider Gottes noch. Also, ich hab im Moment wirklich so, dass ich jeden Tag ein, maximal zwei Fragen gestellt bekomme. Wie gesagt, scheut euch da nicht auch mal mehr zu stellen. Nicht in einen Kommentar. Also, macht dafür einen neuen Kommentar auf. Ist klar. Aber, ähm, ja, im Endeffekt, äh, stellt ruhig mehr Fragen. Weil, dann hab ich eine größere Auswahl. Dann kommen auch interessantere Fragen. Manche sind absolut bescheuert gestellt. Das werde ich auch nicht, äh, da werde ich auch kein Video zu machen. Die kriegen dann vielleicht, wenn ihr Glück habt, äh, kriegen sie dann, ähm, einen Kommentar drunter gesetzt. Das, das nervt mich nicht. Ähm, das ist nur so, dass ich da das Problem habe, dass ich ja, irgendwie gucken muss, dass ich da vernünftiges Video rausschneide. So. Ähm, deswegen werde ich da gucken, dass ich, äh, ja, keine Ahnung, irgendwas, äh, irgendwo die, äh, die coolsten Fragen raussuchen werde. So, ähm, mit den Guides geht's ja im Moment auch weiter. Im Moment, der Hauptanteil der Guides ist erstmal nur Widget. Ähm, Verehrer werde ich mich jetzt die Woche hinsetzen. Das heißt, eventuell nächste Woche seht ihr's dann. Ich weiß es aber noch nicht. Muss ich dazu sagen. Also, ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme. Und, ja, mal schauen. Kriegen wir hin. So, ähm, dann, was kriegen wir, äh, was hab ich noch? Stimmt, ähm, Stexel hab ich im Moment so das Projekt, dass ich, äh, immer mehr wieder, wenn ich Bock habe, Stexel zocke und euch dann immer nur den Monat komplett im Zusammenschnitt zeige. Ich hab jetzt eine Session, also ich muss das halt sessionweise aufnehmen, äh, hab ich eine Session in fast zwei Stunden gezockt. Und das ist, glaub ich, ein Drittel des Monats. Und, ja, das dauert halt. So, das heißt, Stexel wird auch weniger kommen in nächster Zeit. So, ähm, ja, so viel zu den Projekten, die diese Woche liefen, wie gesagt. Ähm. Wird mich halt immer freuen, wenn ihr auch direkt sagt, was ihr im Livestream sehen wollt. Weil das ist so die Sache, ich werd nicht ständig hin und her wechseln von wegen, hey, jetzt möchtet jemand Bloons sehen, hey, jetzt möchtet jemand Woodshit sehen, jetzt möchtet jemand Verehrer sehen, werd ich nicht machen. Morgens werd ich mir, also, für euch, äh, für euch, ja, heute Morgen, äh, hab ich mir ausgedacht, was ich gerne zocken möchte. Morgen, und, wie gesagt, da keiner was anderes sehen wollte, hab ich gesagt, nehmen wir das. Wird aber auch cool, bin ich mir sicher. So, ähm, dann, hab ich eigentlich, ach stimmt, ähm, das ist eine Frage, die mich persönlich jetzt, ähm, interessiert. Und zwar an euch, und zwar wurde mir gesagt, ähm, von wem ist ja vollkommen wurscht, da brauche ich jetzt keine Hetzjagd gegen, ähm, dass ich auf meine Ausdrucksweise achten soll. Ähm, jetzt ist so die Frage, also, ich mein, ich achte drauf, äh, ich achte bei, ähm, bei den meisten Videos achte ich drauf, dass ich das, äh, mich dem FSK ungefähr anpasse. Das heißt, wenn die, wenn mir mal ein unpflegliches Wort rausrutscht, dann ist das meistens in Spielen, die sowieso erst ab 16, beziehungsweise ab 18 sind. Das ist sowas wie, ähm, na, sag mal schnell, wie Rainbow Six Siege, ist sowas wie Paladins, würde ich sagen, ist ab 12. Da, äh, das ist so das Spiel, wo ich vermute, dass ich da ein bisschen besser aufpassen könnte. Ich glaube, das ist ab 12, kann ich mir vorstellen. Also, FSK dürfte ab 12 sein, da dürfte das eine oder andere rausrutschen. Ähm, aber auch sowas wie Heat Signature ist auch nicht ab, äh, ab, äh, 6 freigegeben. Also, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so extrem über die Stränge schlage, weil ich halt Heat Signature jetzt gerade sehe, ich vergesse wahrscheinlich das eine oder andere. Aber ich sag mal so, ähm, wenn mir irgendein, äh, wenn ich mal irgendwo sage, ey, du Penner oder sowas, ich weiß nicht, ist das dann schon unpfleglich ausgedrückt? Also, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil persönlich, ich höre Kinder auf der Straße, ähm, wir haben wirklich bei uns direkt hinten, äh, hinterm Haus, haben wir, äh, einen Spielplatz. Ich höre die Kinder da teilweise schlimmere Ausdrücke von sich geben und, klar, soll man nicht fördern. Ich ärgere mich da auch immer drüber, was die Kinder halt zu Tage alles im Mund nehmen. Gott, ich kling voll alt. Ähm, ähm, aber, unpfleglich, also, dass ich wirklich meine, dass ich wirklich meine Sprache, ähm, überdenken sollte, weiß ich nicht, keine Ahnung, also, ich wüsste nicht wieso. So, also, ähm, deswegen mal die Frage an euch, gibt es irgendwo, äh, Sachen, wo ich verbal über die Stränge schlage? Das ist mir durchaus bewusst, dass ich da die eine oder andere Runde habe, wo ich echt salzig geworden bin, aber, ähm, dass ich irgendwo so extrem rausgesprungen bin, dass ich, äh, dass ich mir den Mund hätte auswaschen müssen, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also, wie gesagt, das wüsste ich gerne mal. Dürft ihr mir dann gerne mal sagen. So, genug davon, ähm, jetzt eine Sache, die mich auch im Moment beschäftigt. Es schreiben mich inzwischen wirklich täglich Leute an, auch über Steam und ich habe ja gesagt, macht das, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie sowas, schreibt mich an. Ähm, die Sache ist, man muss bedenken, ich habe am Tag für meine Aufnahme ungefähr sechs Stunden Zeit. In diesen sechs Stunden muss ich eine Aufnahme machen, mindestens eine, ähm, muss, beziehungsweise mindestens zwei, weil Hashtag fragt nämlich eigentlich auch immer maximal so drei, vier Folgen im Voraus auf. Ähm, dann muss ich das Game, äh, muss ich mindestens ein Gameplay aufnehmen, beziehungsweise ein Guide, muss den ganzen Spaß auch noch schneiden. Und, ich weiß nicht, also, ich habe wirklich inzwischen, äh, sehr, sehr, sehr viel Vorbereitungszeit in vielen Sachen, ähm, dass ich mir Sachen runterlade, dass ich mir Zettel machen muss, meine Lampe anzumachen. Oder die Schüsse wegzustellen, ähm, dass ich, wie gesagt, Sachen runterladen muss, dass ich mir Notizen mache inzwischen für gewisse Sachen, Hintergrundinfos. Ich weiß es nicht, also, es ist für mich, ähm, ziemlich viel Arbeit geworden, deswegen kommen mir auch nur ein Hashtag-Fach-Video pro Tag. Ähm, das heißt, ich bitte das immer zu bedenken, dass ich auch viele Sachen halt machen muss. Das heißt, wenn ich mal nicht antworte, dann braucht ihr mich da nicht zu spammen wie sonst was, weil, es bringt nichts. Es sorgt eher dafür, dass, wenn ihr mich 5000 Mal anschreibt, ja, ich habe auch solche Experten, die mir wirklich 5000 Nachrichten hintereinander schreiben, und, äh, dann, äh, wirklich, 4500 davon wirklich quatscht sind, mich nicht interessieren, oder, ähm, einfach nur sind, wann schreibst du, wann schreibst du, wann schreibst du? Das ist nicht förderlich und solche Leute ignoriere ich dann auch ganz gekonnt. Ähm, das Problem ist, dass dann Leute, die sinnvolle Sachen schreiben, dabei untergehen können. So, das heißt, ich habe teilweise in meinem Chatfenster bei Steam, habe ich 3, 4, 5 Leute auf einmal offen, und davon schreibt einer was Wichtiges, ich klicke durch die ersten paar durch, klicke dann über den aus Versehen vielleicht drüber, und denke mir dann, ach, das ganze Fenster kannst du wieder zumachen, und ist eh nur Bullshit drin. So, es kann passieren, das ist mir heute auch wieder passiert, ähm, ärgert mich. Das ärgert mich persönlich, weil, ja, es ist, es ist störend. So, deswegen bitte ich da drum, wenn ihr was habt, schreibt, schreibt es kurz, prägnant, und ich sag mal, wenn ich nicht innerhalb von 24 Stunden in der Woche antworte, also wirklich nur in der Woche, am Wochenende zählt es nicht, ähm, dann sag das bitte. Dann könnt ihr nochmal schreiben, dann könnt ihr sagen, hey, hast du die Nachricht bekommen, hier war das und das, so. So, das reicht, vollkommen. Ähm, wie gesagt, ich möchte auch wirklich mal in Ruhe online kommen können, ohne dann halt wirklich erstmal drei Stunden davor zu sitzen und zu sagen, hey, ich muss mich jetzt durch kompletten Schwachsinn teilweise durchklicken. Das mache ich inzwischen auch nicht mehr, ich klicke mich da nicht mehr durch. Ähm, ihr braucht mir auch keine Links schicken, ich mache niemals Links auf, wenn ihr mir die über Steam schickt, selbst wenn ihr da schreibt, hey, das geht da und da hin, schaut ihr das und das YouTube-Video mal an, das haben auch einige inzwischen zu ihrem Hobby gemacht, mir YouTube-Videos zu schicken. Total der Schwachsinn, Blödsinn, brauche ich nicht, werde ich nicht gucken, also wenn mich was interessiert, finde ich das selber, wenn nicht, schreibt mir, was ihr überhaupt sagen wollt, dann informiere ich mich selber darüber, aber niemals irgendwie, hey, hier ist ein Ding, guck dir das mal an, das ist lustig. Boom. Ja, schön, interessiert mich nicht, würde ich nie aufmachen, würde ich nie aufmachen, kann ich auch nur jedem raten, wer so jemanden kennt, macht es nicht, macht niemals einen Link auf, der euch einfach geschickt wird. Okay, so, soviel dazu. Dann ist gestern oder heute, ich weiß gar nicht, ich glaube heute war es, ist mir was passiert und zwar hat einer der Wiki-Leiter von Strikeforce Kitty, also ja, Strikeforce Kitty hat eine Wikipedia, eine eigene und davon hat ein Admin mich angeschrieben, weil er deutsche Übersetzer sucht. So. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich geehrt. Ich bin wirklich am Überlegen, das zu machen. Ist dann aber so das Problem, dass ich halt, äh, das noch irgendwie nebenher machen müsste, also werde ich mir was überlegen. Aber, ja, ich fand's cool, wollte das mal erwähnt haben, dass sogar jetzt schon, äh, mich Wikipedia-Leiter anschreiben, das finde ich irgendwie Wahnsinn, aber ist cool. Ich, ich muss, ich muss wirklich sagen, ich hab das zahlgefeiert. So, ähm, dass im Übrigen das Spiel heute ein bisschen später gekommen ist, liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr viel höher rendern musste, weil das hatte ein paar Probleme mit den, ähm, mit der... Und dementsprechend ist es sehr viel größer ausgefallen als sonst. Deswegen tut mir das leid, dass es ein bisschen später gekommen ist. Und warum ich das sagen kann, weil das Spiel ist noch nicht, äh, äh, noch nicht mal zu 50%, ich würde 45, 43%, das ist hochgeladen. Wir haben 14.50, deswegen kann ich euch sagen, das funktioniert nicht mehr heute. Äh, heute schon. Heute schon. Also, es kommt auch heute. Ähm, aber es wird später kommen. Also, das lädt noch 26 Minuten hoch. Und, ähm, wird dann ungefähr, YouTube braucht wahrscheinlich dafür eine halbe Stunde, also eine Stunde wird das ungefähr noch brauchen. Ich vermute mal, um 4 ist dann, äh, äh, das Spiel hochgegangen. Ich werde den EvoCast auf 18 Uhr setzen. Feierabend. Also, das ist so jetzt mein Plan. Ich hoffe, damit kommt ihr klar. So. Okay. Ähm. Dann, wie immer, mein Aufruf an euch, wenn ihr im Moment Spiele habt, die ihr gerne zocken wollt, vielleicht im Multiplayer, äh, also am besten im Multiplayer logischerweise, ähm, und ihr da jemanden sucht, oder wenn ihr bei mir Spiele seht, die ihr gerne mitzocken wollt, ich sag ja meistens dazu, im ersten, spätestens im zweiten Part des Spiels, sage ich ja dazu, was das Spiel kostet, ungefähr. Und, ähm, dann könnt ihr das entscheiden, ob ihr da mitzocken wollt oder nicht. Wie gesagt, es ist dann nicht zwingend notwendig, dass ihr Teamspeak oder Discord oder sowas habt. Ihr braucht nicht mit ins Video, akustisch. Ihr seid dann halt nur als spielender Charakter irgendwo mit dabei. Wäre natürlich cool. Also, auch da habe ich nichts dagegen, wenn jemand sagt, hey, ich würde gerne mal über Teamspeak oder Discord dann mich da mitzusetzen und mitzocken. So. Ähm. Klar, ich meine jetzt nicht so einen Schwachsinn wie, äh, Gary's Mod, TTT halt. Oder, ähm, halt andere Sachen, wo man sich halt wirklich absprechen muss. Aber, ich sag mal, äh, ich habe nichts dagegen, wenn man mir jetzt sagen würde, hey, wir können zusammen, ich wüsste es nicht, Bomberman zocken. Bomberman, äh, Super Bomberman R im Übrigen. So. Ähm. Oder Sword Art Online Fatal Bullard oder irgendwie so ein Schwachsinn. Das kann man ja in Ruhe zu zweit zocken, ohne dass jemand dabei quatscht. Okay. Ähm. Schwierig. Äh. Ist klar, ähm, dass, dass die meisten von euch da vielleicht ein paar Probleme mit haben, aber ich persönlich muss sagen, ich würde es halt cool finden, wenn da der eine oder andere mal mitkommen würde und auch mal mitzocken würde. Aber wie gesagt, ist ja kein Muss. Auch Fairea wäre möglich, möchte ich mal angemerkt haben. Ich habe auch schon Fairea gegen, äh, Abonnenten gespielt. Also da suche ich immer jemanden. Fairea ist ein cooles Spiel, was man sehr, sehr cool zu zweit spielen kann, ähm, weil man halt auch mal ein Fun Deck spielen kann. Aber wenn man sich darauf einigt, hey, wir spielen mal absolute Crap Decks, ähm, dann ist das so, weil im Moment Fairea es nervt mich. Ja, ich habe, äh, ich habe relativ, ich habe relativ starke Decks inzwischen, ähm, ich könnte wahrscheinlich sogar versuchen, mal Godrank zu, äh, auf dem Godrank drauf zu spielen. Das Problem ist aber, im Moment ist es so nervig das Spiel geworden, weil im Endeffekt Road Control einfach alle Decks auseinandernimmt. Das ist wirklich brutal, weil man spielt entweder ein ganz, ganz hartes grün-blau Highlife Deck, ähm, oder man spielt ein Red Control Deck, weil alles andere macht im Moment so wenig Sinn. Mein Sacrifice Deck ist so kaputt, weil es einfach überlaufen ist mit, ähm, mit roten Control Decks. Das ist echt ätzend. So, ähm, dann die Frage wieder mal an euch. Ähm, wie ist im Moment die Mischung? Also, ich hab ja im Moment immer so die Mischung, oder ich versuch zumindest die Mischung aus neuen Spielen vorstellen, alte Spiele mal ein bisschen analysieren, ein bisschen Reviews dazu geben, beziehungsweise, naja, das hab ich noch nicht so extrem wirklich gemacht, ähm, seltener gespielte Projekte mal wieder rauskramen, häufig gespielte Projekte natürlich drin behalten, ähm, Guides dazu geben und halt wirklich, äh, gucken, dass ich, dass ich hoffentlich gut gebalanced bin. Es ist so die Frage, für mich ist es gut gebalanced. Das heißt nicht, dass es für euch gut gebalanced ist. Deswegen wüsste ich gerne, passt das so? Fehlt euch was? Ist was zu wenig? Ist was zu viel? Ist es zum Beispiel zu viel, wenn ich, äh, is it worth, ich glaub jetzt, zwei, also ich hab zwei schon gemacht, innerhalb von, ich glaub zwei Wochen insgesamt. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ähm, wollt ihr da mehr von, äh, in der Woche? Das, das könnt ihr euch abschminken, wollt ihr da weniger von? keine Ahnung, einmal im Monat nur? Weil, äh, is it worth, das ist, somit das anspruchsvollste und zeitaufwendigste überhaupt. Mein erstes is it worth mit Isaac hat fünf Stunden im Schnitt gedauert, plus die Renderzeit, das war, glaub ich, über eine Stunde, plus die Hochladezeit, das war auch nochmal, äh, mit, äh, mit Nachbearbeiten von YouTube waren das, auch nochmal knapp über eine Stunde. vergesst es, das mache ich nicht öfter als einmal in der Woche, auf gar keinen Fall. Ähm, ich würde es auch nicht weiter mit einmal in der Woche, ich würde es vielleicht eher auf alle zwei Wochen einmal machen. aber, äh, die Frage ist halt wirklich, ähm, passt es? Oder soll irgendwas öfter was seltener hin? Ist es zum Beispiel zu viel, wenn ich, äh, die Widget Guides, äh, jetzt erstmal durchziehe, weil das war so eigentlich mein Plan, die Widget Guides nämlich schon zügig durchzuziehen. so. Also, das ist so die, die Frage, die sich mir stellt und die ihr mir gerne beantworten dürft. Ähm, es ist halt wichtig für mich persönlich, weil ich muss halt gucken, wie kommt was an und wenn halt was nicht so ankommt, dann, äh, kann man da drüber reden, äh, das komplett zu ändern. So, ähm, jetzt hab ich schon viel gequatscht, ich hab aber immer noch was, was mir einfällt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lang quatsche. Ähm, eine andere Sache ist, ich hab ja letztes Mal gefragt, wie das ist mit dem hier. Ob das so in Ordnung ist, dass ich halt wie beim Hashtag frag, also bei Hashtag frag ist die Diskussion gar nicht drin, also, da bleibt das so, wie es jetzt halt ist, mit dem Hintergrund. Und, äh, das war's. Ähm, ich hab ja gesagt, ich hab ja gefragt, ähm, ob ich den Hintergrund genauso lassen soll oder ob ich ein Gameplay-Video reinlegen soll. Dann ist jemand wirklich auf die glorreiche Idee gekommen, ich guck niemanden an, du weißt, dass du gemeint bist. Ähm, auf die glorreiche Idee gekommen, ich könnte, ja, da ein Gameplay-Video laufen lassen. Denkt euch euren Teil dabei. Wir können das mal Moment, können das mal anders machen und können ja mal, nee, das ist blöd, wenn ich das nehme, und können ja mal, ja, ja, halt die Klappe. sehr schön. Jetzt nehmen wir mal, so, Intro läuft. Ihr seht auch, was für ein Spiel es ist. Ihr seht nur leider überhaupt nix vom Game, also, warte mal, wir springen mal ins Spiel rein. Haha, der High-Counter. Moment. High-Counter. Da hab ich erst zweimal High gesagt. Geht ja gar nicht. Boah, bin ich überlichtet. Mh, okay. Sehr schön. Aber, ähm, man sieht, glaub ich, das Problem dabei, was ich halt hätte. Also, ich mein, ich kann das gerne so machen, dass ich jetzt, äh, sowas reinschneide. Aber erstens, ist das mehr Arbeit für mich. Und zweitens, es sieht kacke aus. Also, es bringt ja auch nicht allzu viel. Muss ich ja ehrlich sein. Deswegen, ähm, ich bin eher dafür, entweder, mach ich es. Moment. Mach ich es. So. Dann habt ihr den High-Counter da unten. Passt zwar überhaupt nicht zur Stimme dann. Oder, jetzt hat er mich mal klein gesehen gerade. Oder, wir machen es einfach so. Also, also, das sind die zwei Möglichkeiten. Ich kann auch einfach nur ein Bild einblenden. Geht auch. Hatte ich auch schon. Ähm, möchte ich aber eigentlich nicht. Deswegen, ähm, die beiden Auswahlmöglichkeiten hättet ihr. was davon jetzt genommen wird, was davon jetzt genommen wird, das überlasse ich euch, ähm, ich hab vergessen, letztes Mal, ne, stimmt gar nicht. Hier müsste das dann aufploppen. Da, müsste so ein kleines i dann aufploppen. Ähm, wenn ich dran denke, werde ich, ach scheiße, kann ich nicht, könnte, äh, könnte er knicken. nicht jetzt. Ähm, kann sein, dass ich das im Laufe der Woche nachhole, oder, dass ich das im nächsten EvoCast mache. Wie gesagt, ich komme halt heute nicht dazu, das, äh, einzustellen. Das kann ich leider Gottes auch nur einstellen, wenn das Video komplett hochgeladen und bearbeitet ist. Ich glaube nicht, dass ich das zeitlich noch schaffe. Und so. Das heißt, ich stelle das vorher ein und das lädt dann so mit den Einstellungen hoch. Okay. Ähm, ihr dürft es mir aber in die Kommentare schreiben, was ihr lieber sehen wollt. Dann mache ich es beim nächsten EvoCast halt so. Oder guck mal. Wenn da, wenn da geteilte Meinung ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass, keine Ahnung, mal so, mal so, gut ist. Ist ja nicht so tragisch. So. Ähm, wobei ich dann natürlich auch so Sachen nehmen könnte, wie, äh, hey, ich zeige mal eine komplette Paladins-Folge, die halt sonst auseinandergeschnitten nur zu sehen ist und dann sieht man halt alles vom Kaufen bis hin zum, ja, bis zum Ende halt. Naja, gut. Wie gesagt, ist euch überlassen und naja, werden wir ihn kriegen. Denke ich mir. So. Halbe Stunde. Ich hatte eigentlich vor 20 Minuten maximal. Wenn es euch gefallen hat, liked er lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim EvoCast. Schreibt mal alles in die Kommentare, was ich gefragt habe. Wenn ihr nicht mal wisst, was ihr alles gefragt habt, guckt euch den EvoCast nochmal an. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und nicht vergessen, morgens streamen. 10 Uhr morgens. Also morgens. Ich glaube, das hätte ich dazu sagen sollen, aber 10 Uhr morgens ist gemein. Logischerweise. Wenn ich sage, ich stehe auf, dann meine ich damit nicht 10 Uhr abends. Also 10 Uhr morgens. Haut's rein. Das war 40-arv. 50. Ich binidores im incense. Das war 4.